In diesem Video stellen wir Ihnen isEasy vor, ein Cloud-basiertes Autorentool, um digitale Lerninhalte für die Erwachsenenbildung zu gestalten. Mit einem Autorentool können Sie umfangreiche E-Learning-Kurse mit Text, Medien und Interaktionen erstellen oder auch kleinere Einheiten, wie etwa Quizmodule. IsEasy bietet eine kostenlose Basisversion und für die Arbeit mit dem Tool brauchen Sie keine Programmierkenntnisse, denn das Programm stellt Ihnen zahlreiche Vorlagen zur Verfügung und leitet Sie Schritt für Schritt an. Wie das genau aussieht, sehen wir uns nun gemeinsam an. IsEasy ist unter www.iseasy.com.au zu erreichen. Um mit dem Tool arbeiten zu können, ist die Erstellung eines Nutzerkontos nötig. Das ist unter Signupfree möglich, wo ich mich für die kostenlose Basisversion registrieren kann. Dieser Freeplan inkludiert die Erstellung von drei Projekten, die jedoch mit einem Wasserzeichen und dem IsEasy-Logo versehen werden, wie hier in diesem Beispiel. Der Speicherplatz ist in der Gratisversion auf 300 MB beschränkt und der Zugriff auf die Bild-Datenbank auf 500 Verwendungen. Die günstigste kostenpflichtige Lizenz ist derzeit ab 63 Euro monatlich erhältlich. Nach erfolgreicher Registrierung kann ich mich mit meinen Zugangsdaten unter Access auf der Homepage anmelden. Nach dem Anmelden gelange ich auf meine persönliche Übersichtseite. Projekte, die ich bereits erstellt habe, sind hier aufgelistet. Mit Klick auf Neues Projekt kann ich ein neues E-Learning-Projekt beginnen. Bei der Erstellung eines neuen Projekts muss ich mich zunächst zwischen den Formaten Kurs, und Express-Kurs entscheiden. Das Kursformat eignet sich für die Erstellung von umfangreicheren Kursen, das Express-Format ist für kürzere Einheiten oder sogenannte Lernhäppchen gedacht. Der Express-Kurs kann maximal 20 Folien enthalten und wird ähnlich wie eine Webseite dargestellt, während in einem klassischen Kurs zwischen Folien navigiert werden kann. Ich wähle hier das Format Kurs. Nach der Wahl des Kursformats ist ein Template für die Foliengestaltung zu wählen. In der Basisversion ist die Auswahl auf zwei Templates limitiert. In der Vorschau kann die Farbpalette für das Folien-Template angepasst werden. Wenn ich mich auf ein Template und ein Farbschema festgelegt habe, bestätige ich mit Klick auf Ich möchte diese Vorlage und der E-Learning-Kurs wird erstellt. Nun geht es darum, Lerninhalte in mein Projekt einzufügen und zu bearbeiten. Zunächst vergebe ich einen Titel für mein Projekt bzw. meinen Kurs. Die Lerninhalte können in Form von Kapiteln mit Unterkapiteln aufbereitet werden. Mit Klick auf Kapitel hinzufügen bzw. Unterkapitel hinzufügen kann ich beliebig viele Abschnitte hinzufügen und benennen. Die Anordnung der Kapitel und Unterkapitel kann ich per Drag & Drop jederzeit ändern. Um die Lerninhalte einzufügen, klicke ich auf den Bearbeiten-Button beim entsprechenden Unterkapitel. Nun muss ich Folien einfügen. Dazu klicke ich auf das Plus in der linken Seitenleiste. Je nach Folieninhalt und gewünschtem Layout wähle ich aus den Folienvorlagen aus. Im rechten Seitenmenü erhalte ich einen Überblick über die Elemente auf der aktuellen Folie. Diese können verschoben, gelöscht oder dupliziert werden. Das Layout, die Seitenränder sowie der Hintergrund können angepasst werden. Zu jeder Folie kann außerdem ein Voice-Over hinterlegt werden, also ein Audio, das automatisch abgespielt wird, wenn die Lernenden die Folie aufrufen. In der Gratis-Version ist jedoch der limitierte Speicherplatz für Mediendateien zu beachten. Den Beispieltext auf der Folienvorlage kann ich einfach durch eigene Inhalte ersetzen. Formatierungen sind über den Editor, der automatisch eingeblendet wird, möglich. Auch im rechten Seitenmenü werden weitere Optionen zum Bearbeiten des aktuell ausgewählten Elements eingeblendet. Die Beispielbilder der Vorlage kann ich löschen und durch eigene Ersetzen oder Bilder aus der integrierten Bilddatenbank auswählen. Alle Änderungen am Projekt werden automatisch gespeichert. Ich kann auch jederzeit in den Vorschau-Modus wechseln und dabei die Ansichten für unterschiedliche Endgeräte überprüfen. Für zusätzliche Folieninhalte klicke ich auf das Plus, das eingeblendet wird, wenn ich die Maus auf leere Folienelemente bewege. Neben Bilder, Video- und Audiodateien kann ich auf Folien auch verschiedene interaktive Elemente einfügen. Beispiele sind etwa Karteikarten, Hotspots, also Infopunkte mit Text, die auf einem Bild platziert werden können, interaktive Videos mit Fragen oder zusätzlichen Informationen, sowie Übungen in Form von Multiple-Choice-Fragen, Zuordnungsaufgaben und Lückentexten. Externe Ressourcen kann ich über die Elemente Link und Einbinden zugänglich machen. Dateianhänge lassen sich über die Funktion Download auf einer Folie einfügen. Habe ich ein Folienelement ausgewählt, öffnet sich automatisch das zugehörige Bearbeitungsmenü in der rechten Seitenleiste, wo ich Inhalte einfügen und Einstellungen vornehmen kann. Anleitungen zum Erstellen der einzelnen Folienelemente gibt es auf den Support-Seiten auf iseasy.com. Habe ich die Folien eines Unterkapitels fertig bearbeitet, gelange ich mit Klick auf Zurück, wieder zur Projektübersicht und kann weitere Unterkapitel gestalten. Sind die Lerninhalte erstellt, kann ich entscheiden, ob ich einen Abschlusstest einfügen möchte. Wenn ja, aktiviere ich das Modul Abschließender Test. Zunächst lege ich die Einstellungen zu Punkten, möglichen Versuchen und dem Titelbild fest. Im nächsten Schritt lege ich Fragen an. Es sind dabei nur Single-Choice-Fragen möglich. Feedback bei richtiger und falscher Antwort sowie zum Testergebnis kann ich ebenso eintragen. Nach dem Erstellen der Inhalte kann ich unter dem Reiter Einrichtung die Darstellung des Kurses bzw. des Projekts anpassen. Die entsprechende Kurssprache einstellen und wenn gewollt eine Kursbeschreibung sowie eine Abschlussnachricht für die Teilnehmenden einstellen. Zertifikate können nur bei Verwendung des Lernmanagementsystems von IsEasy ausgestellt werden. Unter dem Reiter Verteilung kann ich mein Projekt nun veröffentlichen und zugänglich machen. Das ist direkt über das LMS von IsEasy per Link oder über Datei Download für Lernmanagementsysteme oder Websites möglich. Ich wähle die gewünschte Option, veröffentliche mein Projekt und erhalte anschließend Link oder Datei. Im Reiter Lösen Im Löschvorgang kann ich ein Projekt schließlich löschen, wenn ich es nicht mehr brauche. Gelöschte Projekte können nicht mehr wiederhergestellt werden und erstellte Inhalte, die per Link geteilt wurden, können von den Lernenden nicht mehr aufgerufen werden. Es ist daher ratsam, Projekte vor dem Löschen per Dateiexport zu sichern. Die Arbeit mit dem Autorentool IsEasy ermöglicht selbst in der Basisversion eine kreative und abwechslungsreiche Aufbereitung von Selbstlernkursen bzw. Lernunterlagen für asynchrone Selbstlernphasen. Wir wünschen viel Vergnügen beim Ausprobieren. Wir wünschen viel Vergnügen beim Ausprobieren.